Wir haben heute unsere Plakatkampagne gegen Enteignungen vorgestellt. Enteignungen helfen nicht, sie nützen nicht den Mieterinnen und Mietern, sondern sie verschärfen die Probleme auf dem Berliner Wohnungsmarkt. Es gibt keine Enteignung ohne Entschädigung. Im Fall des Volksbegehrens heißt das nichts anderes, als dass das Land Berlin 36 Milliarden Euro Entschädigung zu zahlen hätte. Wir wären über Jahre lahmgelegt. Wir müssen dafür sorgen, dass die Mietpreisbremse überall funktioniert, dass sie auch überall angewendet wird, dass es kontrolliert wird, dass wir schwarze Schafe im Bereich der Immobilienwirtschaft klar ausmachen und auch sanktionieren. Wir müssen dafür sorgen, dass der Mietwohnungsmarkt entspannt wird. Das schaffen wir nur über Neubau. Wir brauchen mehr Angebote und wir brauchen wirklich ein Bündnis für bezahlbares Bauen und Wohnen, weil das wird am Ende des Tages allen Mieterinnen und Mietern helfen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.